Heute geht es um das Berufsbild Influencer und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 85 der Online-Geister aus der wunderschönen Halle an der Saale hier im Studio bei Radio Korax. Und bevor wir zum Thema kommen, möchte ich noch mal kurz passen, vielleicht zum Sendungstitel auch anmerken. Ich habe auch jetzt so einen kleinen Influencer bei mir zu Hause. Also ich bin vor kurzem Vater geworden. Ich bin vor kurzem Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, einfach nur mal als kleine Info in die Runde. Also falls ich vielleicht mal ein bisschen müde klinge oder sowas. Ich hatte es ja schon vor ein paar Folgen mal angeteasert. Momentan hält es sich noch halbwegs in Grenzen. Aber einfach nur als Info in die Runde. und Punkt aus. Lass uns zum Thema kommen. Online-Geister. Thema der Sendung. Wie immer unsere drei Hinweise. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung bei onlinegeister.com, socialmediastatistik.de und bei der DR Seminar Mediathek. So und wir wollen uns mit dem Thema Influencer auseinandersetzen. Ganz wichtig, Influencer, nicht Influencer. Da werden auch immer gerne blöde Witze gemacht an der Stelle. Aber Tristan, Frage an dich. Thema Influencer. Was kennst du da so? Was ist dir da wie bekannt? Zu viel, würde ich fast sagen. Nee, vor einer ganzen Weile habe ich den Gag gehört. Immer wenn jemand Influencer sagt, stirbt irgendwo ein Einhorn. Deswegen gibt es keine Einhörner mehr. Das ist auch schon zehn Jahre her ungefähr. Und seitdem sind die auch nicht wegzudenken. Die Leute mit extrem vielen Followern auf diversen Social Media Plattformen, die das so weit nutzen können, dass sie damit Geld verdienen. Eben durch Werbekooperationen oder ähnliches. Genau, unter anderem Werbekooperationen. Würde ich sagen. Ich habe mal eine Definition beim Internet ABC rausgesucht. Also ein Website internet-abc.de. Also sehr kinderfreundlich aufbereitet das Ganze. Und da wurde mal definiert, Influencerinnen und Influencer sind Leute, die andere beeinflussen. Englisch to Influence. Wie zieht man sich an? Was isst oder trinkt man? Wie schminkt man sich? Welche Kopfhörer sind angesagt? Ja, genau. Das machen einige YouTube-Stars, die Zehntausende von Followern haben. Und sie leben inzwischen ganz gut davon. Sie bekommen nämlich von den Firmen alle möglichen Produkte, die sie dann auf ihren Kanälen zeigen, benutzen, bewerten und anpreisen. Dafür werden sie gut bezahlt. Zitat Ende. Definition beim Internet ABC. Also wirklich sehr kindgerecht aufbereitet. Aber ich finde dadurch schon mal einfach eine gute Übersicht. Okay, was ist denn ein Influencer an sich im modernen Sinne? Also man sieht ein modernes Werbegesicht. Also so wie Thomas Gottschalk früher Werbung für Gummibärchen gemacht hat. Gut, den kann man auch noch aus anderen Gründen. Influencer kennt man hauptsächlich, weil sie auftauchen. Und ich sehe jetzt auch schon, da ist das Beispiel von Thomas Gottschalk, der auftaucht. Ja, ich habe so ein bisschen Material vorbereitet. Ich hatte heute auch für die Stadt Dessau zum Thema Berufsbild Influencer einen Workshop gegeben. Da konnte ich gleich das Material sehr schön mitverwenden. Und habe jetzt bei uns gerade eine kleine Folie mit aufgespielt. Influencer in der Geschichte. Und da gibt es halt eben das Beispiel mit Thomas Gottschalk und Gummibärchen, der ja wirklich schon sehr klischeehaft damit verbunden ist in den Jahrzehnten. Und später stimmt da dann auch Ewigkeiten lang Rübertchen auf dem Tisch. Ja, genau deswegen. Aber es gab auch schon andere Influencer in der Geschichte. Ich weiß nicht, welche der Bildnisse und Fotos kennst du so? Ich erkenne Goethe, ich erkenne Oscar Wilde. Das müsste Lord Byron sein. Ja, stimmt sogar. Und Mary Shelley, aber nur nicht die E-Mail zu Baron Byron. Aber halb an der Stelle Ada Loveless. Das ist die Tochter von Lord Byron gewesen. Also Lord Byron, englischer Adliger. Ein guter Freund von Mary Shelley. Genau. Die im Jahr ohne Sommer, 1816, als sie gerade bei Lord Byron zu Besuch war, Frankenstein geschrieben hat. Also auch durch den Einfluss von Byron ist dann halt eben auch die moderne Science Fiction im Grunde entstanden. Und Ada Loveless war eine sogenannte Gesellschaftsdame gewesen. Also sie hat Gesellschaften gegeben, also eine It-Girl ihrer Zeit oder Partyplanerin, wie man es da nennen möchte, war die Tochter von Lord Byron. Und die hat halt eben auch zum Beispiel die Grundlagen gelegt für die moderne Informatik und fürs Programmieren. Ja, da erkenne ich den Namen. Stimmt. Die hat quasi Programmiersprachen geschrieben, bevor es Computer gab. Genau. Und hat halt eben diesen gesamten Bereich hat auch sehr stark beeinflusst, genauso wie Goethe im literarischen Bereich, der ja auch seine politischen Positionen durchaus aktiv genutzt hat. Oder den Werther-Effekt, den werden einige Leute vielleicht kennen. Genau, für die es nicht kennen, als die Leiden des jungen Werther als Sturm und Drang Roman rauskam, hat das so einen krassen Einfluss gehabt, dass sich sehr viele Leute danach gekleidet haben auf jeden Fall. Dass sie auch einfach dieses Vorbild für sich genutzt haben und angeblich sich auch umgebracht haben wie Werther im Roman einige Leute. Das ist aber niemals komplett erwiesen worden. Das ist aber dieses hartnäckige Gerücht. Diese Urban Legends, sag ich mal, belegt ist auf jeden Fall, dass es sehr einflussreich hat, was er geschrieben hat. Leute haben darüber gesprochen und das war einfach Thema überall, sobald Goethe ein neues Buch rausgebracht hat. Genauso auch Oscar Wilde zu seiner Zeit, der war ja auch ein sehr bekannter Gesellschafter gewesen und mit der Bildung des Historian Gray, so sein bekanntestes Werk. Und einen Haufen auch sehr schöne Theaterstücke. Ja, und alle haben natürlich auch irgendwo ihre Popularität genutzt, um sich halt eben finanziell besser abzusichern oder halt eben eigene Produkte zu verkaufen, wie Goethe und Wilde mit ihrer Literatur oder beispielsweise bei neueren Beispielen Thomas Gottschalk mit Gummibärchen oder sonstige. Also gerade in der heutigen Zeit, es gibt ja genügend Beispiele von InfluencerInnen, gerade bei diversen Social Media Plattformen. Die auch einmal was in Verbindung stehen und da auch oft ihre Politik mit reinläuft, da ja aktuell gerade auch Politik immer Aufmerksamkeit erzeugt, in alle Richtungen. Genau, und was ich persönlich sehr spannend finde, das wäre hier einmal basierend auf Daten von Bitkom, eine Statistik, die dann bei Social Media Statistik veröffentlicht wurde, zum Thema Sichtweisen zum Berufsbild Influencern unter 401 Befragten ab 14 Jahren im Auftrag von Bitkom Research. Wo halt auch 92 Prozent der Befragten gesagt haben, ja, ich weiß, Influencer verdienen Geld mit Werbung und 56 Prozent auch gesagt haben, das ist ein ganz normaler Beruf. Ja, 43 Prozent haben dann gesagt, manchmal bin ich neidisch auf deren viele Geschenke und 35 Prozent sagten sogar, ich wäre selbst kein Influencer. Leute und ab 14 Jahren nach oben offen, also ich weiß nicht, wenn die 80-Jährigen gefragt haben, da kommen vielleicht die 8 Prozent, die es nicht wissen. Ja, aber halt eben für die Übersicht fand ich das persönlich echt spannend, dass wir da halt einfach so eine, ja, so eine Influencer bekommen haben, okay, es ist ein, also die Leute sehen das als einen ganz normalen Beruf an in diesem Altersfeld. Aber zum Gegenentwurf, da geht es jetzt, das sind dann Daten von YouGov unter 2153 Befragten, November, Dezember 2020, auf die Frage halt eben, wären sie im Allgemeinen damit einverstanden oder nicht einverstanden, wenn eines ihrer Kinder einen der folgenden Berufe ausüben würden? Und wenn sie keine Kinder haben, stellen sie sich vor, sie hätten welche. Und das fand ich sehr spannend, also wir haben halt eben so eine Übersicht von, ich bin einverstanden, sowas ist mir egal, ich bin nicht einverstanden und dann halt so von oben nach unten. Ja, ganz oberstlich die drei A's, Arzt, Architekt, Anwalt, wobei Wissenschaftler noch leicht über Anwalt kommt. Was ich persönlich ganz interessant finde, das ist offensichtlich so akzeptiert, mit jeweils über 80, beziehungsweise Anwalt mit 79, knapp unter 80 Prozent, Führungskraft in einem großen Unternehmen, das ist auch schon wieder so, Hauptsache du bist Chef. Grafiker, Lehrer im guten Mittelfeld, Feuerwehrmann finde ich sehr weit unten, aber wahrscheinlich ist da die Sorge der Eltern dabei, dass im Kind was passiert. Aber es ist immer noch im guten Mittelfeld, also 66 Prozent finden das toll und damit sind wir noch im oberen Drittel in dieser Liste. Mein kleiner Bruder ist in der Jugendfeuerwehr in seiner Gemeinde und das finde ich super. Und dann geht es halt eben so weiter nach unten mit den diversen weiteren Berufen und was ich persönlich sehr interessant finde, aus Elternsicht, Social Media Influencer, zum Beispiel Instagram Star, damit sind wirklich 28 Prozent einverstanden. Ja, wobei es 30 Prozent egal ist, also sie haben weder noch gesagt, aber auch 43 Prozent sind nicht einverstanden. Und ich finde das persönlich sehr, sehr spannend, weil mehr Leute, 30 Prozent, sind damit einverstanden, finden es toll. Also mehr Leute finden es toll, wenn mein Kind Course-Center-Mitarbeiter wird, als wenn die Social Media Influencer werden. Auch Bergmann, Lkw-Fahrer, Fabrikarbeiter, Rezeptionist, Landwirt, das sind alles wesentlich populärere Berufe als Social Media Influencer. Ich finde das, dass Künstler 50 Prozent ist, weil das ist ja eigentlich so der Beruf, den Eltern nicht wollen, weil ja, Künstler ist ein botloser Beruf, da kriegst du ja nächstes Jahr nicht was vernünftiges. Gut, da können wir jetzt rummutmaßen, wer es kommt, aber ich finde es gerade, also mit Lkw-Fahrer Bergmann Course-Center-Mitarbeiter, dass das akzeptiertere Berufe sind als Social Media Influencer. Ich sage mal so, jetzt nichts gegen Leute, die diesen Beruf machen, das sind alles wichtige Berufe und auch sichere Berufe. Ja, aber es sind normalerweise keine Berufe, die man gerne machen möchte, im Regelfall. Nee, das nicht, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall sind sie sicher, das ist eine Sache, die erstmal nicht weggehen wird. Lkw-Fahrer, weiß nicht, mit der technischen Entwicklung, selbst fahren, Autos und so weiter, auch sonst nicht mehr Course-Center-Mitarbeiter. Es wird immer Leute geben, die irgendwo anrufen wollen. Aber es sind normalerweise keine besonders, also finde ich jetzt besonders krass angesehenen Berufe, es sind besonders fair bezahlte oder angenehme Berufe. Also du maluchst in der Regel bei solchen Arbeiten. Du wirst auch, wenn ich an einen Course-Center-Mitarbeiter denke, auch gerne ausgenutzt, wenn du in manchen Unternehmen arbeitest, als billige Arbeitskraft. Da hast du ja leidliche Erfahrungen machen dürfen im Laufe des Studiums, denke ich. Aber halt eben, finde ich sehr, sehr spannend, dass die Influenzen offensichtlich aus Elternsicht ein sehr schlechtes Image haben. Was ich auch schlicht damit erklären lassen kann, das hat eben Influencer, klar, das ist bei jüngeren Leuten bekannt. Ältere Leute können damit schlicht nichts anfangen, weil sie diese Berufskategorie nicht kennen. Das ist, denke ich mal, der Hauptgrund. Da sind einfach statt, dass ihr Kind irgendwas macht, wo sie keine Ahnung haben, was da passiert. Ja, ich habe auch den Fall selbst in der Familie gehabt. Vor kurzem durfte meine Mutter mal jemand anderem erklären, was ich mache. Und dann war die Aussage, ja, der macht was mit Computern. Ist nicht falsch, Mama, aber Social-Media-Marketing, Cloud-Plattformen ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Bis auf irgendwie, keine Ahnung, Bergmann, Lkw-Fahrer, Fabrikarbeiter machen da alle was mit Computer auf der Liste. Ich meine, das ist genauso, als würde ich an der Rezeption im Krankenhaus arbeiten und man würde sagen, ich mache was mit Medizin. Ist nicht ganz falsch, aber auch nicht unbedingt richtig. Im Krankenhaus macht man noch mehr mit Computern als mit Medizin. Ja, das auch, aber das ist halt eben, finde ich, statistisch einfach sehr, sehr spannend an der Stelle, was die Verteilungen angeht. Zum Berufsbild Influencer würden wir dann nachher nochmal so ein paar Worte mit verlieren. Aber einfach erstmal für so ein paar Zahlen, Daten, Fakten fand ich ganz spannend. Und hier nochmal, auch wieder von YouGov basieren, aus dem Jahr 2019, Juli 2019 die Daten. Minimal älter und Befragte wurden diesmal nur ab 18 Jahren, aber über 2000. Und Befragte, die finden, dass Influencer einen zu großen Einfluss haben. Das reicht von 58 bis 65 Prozent, ist nach Altersgruppen aufgeteilt. Tatsächlich finden die 18 bis 24-Jährigen mit 65 Prozent und in der gleichen Prozentzahl liegen auch die 25 bis 34-Jährigen. Also 18 bis 34-Jährige sagen so 35, 65 Prozent, dass Influencer einen zu großen Einfluss haben. Wohingegen das abflacht, je älter man wird und 55-Jährige und älter sagen nur zu 58 Prozent, dass sie einen zu großen Einfluss haben. Also auch je jünger, umso kritischer durchaus die Meinung, was auch wieder Sinn macht an der Stelle. Die wissen, wer was da passiert. Genau, Jüngere haben natürlich auch mehr Kontakt damit. Noch krasser sind die Verhältnisse bei der Frage, also Befragte, die manchmal schrägstrich häufig ihre Meinung zu einem Thema oder Produkt durch Influencer ändern. Je jünger, umso leichter zu manipulieren, könnte man denken. Ja, 18 bis 24 Jahre sind die stärkste Gruppe von denen, aber immer nur mit 42 Prozent. Also nicht weniger als die Hälfte haben schon ihre Meinung zu einem Produkt geändert wegen einem Influencer. Aber hier auch nur 4 Prozent bei 55 Jahre und älter und auch 35 bis 44 kommen nur auf 16 Prozent. Also das nimmt so gleichmäßig ab in den einzelnen Kohorten an der Stelle. Wo ich es auch persönlich eigentlich gerade bedenklich finde, bei 55 Jahre und älter, 4 Prozent sagen, dass sie schon mal ihre Meinung geändert haben. Genauso auch sagen 5 Prozent bei der letzten Frage, also Befragte, die manchmal oder häufig ein Produkt gekauft haben, weil es von einem Influencer benutzt oder beworben wurde. Das sind fast die gleichen Zahlen. Ja, es sind sehr ähnliche Werte auf jeden Fall. Aber ich finde es gerade bei der älteren Kohorte auch ein bisschen bedenklich, weil jüngere Menschen, die sind damit aufgewachsen. Die wissen auch im Normalfall, haben da mehr Erfahrung einfach, mehr Erfahrungswerte. Was es halt positiv oder negativ bedeutet, ältere Leute, die sind damit nicht aufgewachsen. Die haben das erst kennengelernt, als sie schon erwachsen, teilweise auch schon älter gewesen sind. Also sehe ich eigentlich gerade eher bei der alten oder älteren Zielgruppe da eine größere Gefahr, was Stichwort Manipulation, so Enkelträg vergleichbares, nur auf Social Media Niveau dann gehoben, mit angeht. Aber es gibt offensichtlich Generationsunterschiede, erst mal, zu den Sichtweisen zum Thema Influencer. Ja, auf jeden Fall, das ist ja ganz klar, dass die Gruppe Influencer richten sich ja gerade an die Jungen, an die Social Media Natives, die mit einem Zweifel in der Hand aufwachsen und jeden Tag über WhatsApp schreiben und Instagram checken. Und da aber auch, nicht alles, was sich Influencer nennt, ist ein Influencer und nicht jeder Influencer bezeichnet sich auch als Influencer. Also dieser Begriff kommt ja wirklich nur aus dem Englischen von Beeinflusser sein, Meinungsbeeinflusser sein. Also generell erst mal ein ziemlich generischer. Influencer, wenn wir hier unsere Meinung zum Datenschutz sagen. Das ist die Frage, also zumindest hatten wir vor kurzem ziemlich krasse Einschaltquoten im Podcast gehabt, als es um das KI-Thema ging, beziehungsweise als wir bei einem Radiolivestream, da hatten wir auch, ich glaube, das war ein Allzeithoch, fast 60.000 Livestreamhörer hatten wir bei unserer SEO-Folge, also Suchmaschinenoptimierung gehabt. Also es waren ziemlich krasse Zahlen, da könnte man auch überlegen, okay, sind wir da mit Influencer, aber das hat halt viel mit Selbstbild zu tun. Also nach der Definition, die wir zu Beginn vorgelesen haben, geht es ja beim Berufsbildinfluencer auch darum, mit dieser Einfluss von Geld zu verdienen, dass Firmen dir Produkte geben, die du in die Kamera bewerben sollst und dann auch noch Geld dafür, dass du Produkte behalten und beformt das Geld dafür, dass du sie bewirbst. Das tun wir ja nicht. Wir halten dir keine, wir reden dir nicht über Produkte, wie toll die sind, wir bekommen keine Produkte geschickt und Firmen geben uns auch kein Geld, dass wir irgendwelche Meinungen sagen. Trotzdem könnten wir Influencer sein nach einem allgemeineren Verständnis, weil das ist ja auch keine, das ist keine Geschützberufsbezeichnung oder sowas, jeder kann sich Influencer nennen. Das ist wie bei unseren Folgen, die wir schon zu Startup und anderen Themen hatten, das sind ja offene Bezeichnungen. Also ich könnte mir jetzt ein Instagram-Account machen und mich dort Influencer nennen und dann wehre ich ein, ob ich es wirklich bin in der Praxis, interessiert in Anführungsstrichen keinen. Ja, man muss ja halt was suchen, wie man wirklich viele Follower kriegt, damit Firmen auch bereit sind, dir Geld zu zahlen. Wobei es auch nicht zwangsweise um die Anzahl einer Follower unbedingt geht, denn neben regulären Influencern, vielleicht hast du schon mal von Mikro-Influencern gehört? Es gibt doch alles Mikro, habe ich jetzt nicht im Kopf, was der Unterschied ist, aber wahrscheinlich welche, die eine sehr spezifische Zielgruppe haben? Weniger, also es gibt reguläre Influencer, Mikro- und Nano-Influencer. Nano-Influencer sind welche, die in der Regel so bis 100 Abonnenten bei ihren Social Media Accounts haben. Mikro-Influencer sind welche bis zu 1000 Abonnenten und reguläre Influencer wirst du so ab etwa 10.000 Abonnenten. Das ist so eine ganz grobe, auch vielfach diskutierte Einteilung. Also das ist wirklich eher so als grobe Schlagrichtung, dass man sich so ein bisschen orientieren kann. Aber diese Bezeichnung mit Influencer für generell, kann man wirklich sagen, so ab etwa 10.000 Abonnenten bei zum Beispiel Instagram, TikTok. Da gibt es ja auch Plattformen, die sehr Influencer-lastig sind. Also quasi Influencer's Paradise. Aber diese Influencer, die halt eben in so einer Größenordnung arbeiten, das ist ja dann schon Hauptberuf. Wenn ich aber Mikro- und Nano-Influencer bin, dann ist es häufig auch ein Hobby für Leute. Weil es ist aber ähnlich, wie man jetzt professionell Fußball spielen kann oder es als Hobby im Dorfverein machen kann. Also da gibt es ja auch so Unterteilungen. Deswegen ist auch dieser Begriff, das ist jetzt kein geschützter Begriff, das ist ein offener Begriff. Jeder kann das prinzipiell machen, jede kann das machen. Aber da auch, es gibt diverse Plattformen, wo das vor allem mitgemacht wird. Und dann spielt ja auch noch eine große Rolle, was den Aspekt angeht des Berufsbildes. Also wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen als Influencer? Das kommt dann heute noch im Laufe der Sendung. Ich würde sagen, jetzt machen wir vielleicht erstmal kurze Musikpause. Es hilft auf jeden Fall als Influencer, wenn man kein schmutziges Hemd anhat und ein hübsches Gesicht hat. Und mit beiden kennt sich die nächste Band aus, das ist nämlich Dirty Shirt. Und zusammen mit dem Sänger von Skindread, Benji Webber, haben sie Pretty Faces aufgenommen. Dirty Shirt, featuring Benji Webber, aber auch die Musiker Kalio und Paul Elea. Mit dem bunten Multikulti-Genre-Mix Pretty Faces, genauso bunt wie die Band selbst. Und damit sind wir wieder zurück beim Thema. Online-Geister, Thema der Sendung. Hier bei Radio Korax, Thema Influencer heute. Genauso bunt wie das bisherige Lied, auch die einzelnen Plattformen, bei denen Influencern so aktiv sind. Das ändert und wandelt sich natürlich. Also das, was wir jetzt erzählen werden, das hat ein Verfallsdatum zwangsweise, weil die ganze Szene auch sehr aktiv ist. Und sich in ein paar Jahren da komplett neue Plattformen aufmachen können, alte Absterben. Also ein Wandel ist stets und ständig dabei. Alleine TikTok, wo vor wie viel, keine Ahnung, zwei, drei Jahren kaum darüber geredet wurde? Na so 2018 beginnt hatten die ihren Hype, das ist jetzt fünf Jahre her. Also TikTok wird wirklich immer populärer. Also weltweit hat TikTok inzwischen ähnlich viele Abonnenten, also Nutzerinnen wie Instagram, hat auch mehr Nutzerinnen als zum Beispiel WhatsApp global. Also TikTok ist ziemlich im Kommen. Das ist nicht schlecht. Gerade in anderen Ländern. Und deswegen auch Influencer-Personal interessant. Aber die anderen großen Plattformen sind natürlich Instagram. Das habe ich als typisches Beispiel genommen zu Beginn. Instagram-Models oder Instagram-Influencer, die sich hinstellen, in Instagram-Stories-Produkte bewerben. YouTube natürlich. Wobei das dann da auch, also je nach Kanal, YouTube gibt es ja alles weiterhin. Und deswegen auch reine Werbekanäle mit Influencern, aber auch oft Kooperationen. Dass jemand, der generell Videos macht, dich dann quasi als Influencer zum Lebenverdienst dazu holt. Und er dann in seinem Video auch mal freundlich über eine bestimmte Firma spricht. Produkte in die Kamera hält, die er dann bekommt, dafür bezahlt wird. Und wenn YouTube-Werbung nicht reicht, wie so viele, die ein bisschen weiter weg vom Mainstream bewegen, nicht tut. Hilft das, um einem in die Runden zu kommen. Und natürlich Twitch, die das Ganze machen. Ich mache YouTube nur eben live, auf Live-Programm ausgerichtet. Natürlich verdienen da auch Leute Geld durch, etwas Geld durch Twitch-Werbung, die geschaltet wird. Etwas mehr durch die Abonnements, die man machen kann. Aber natürlich gibt es da genauso auch Kooperationen und auch reine Influencer, die dann ganze Streams machen, einen Nachmittag lang erzählen von tollen Produkten. Und dafür bezahlt werden. Genau, und stellenweise sind die Plattformen auch so ein bisschen austauschbar miteinander, beziehungsweise befinden sich in direkter Konkurrenz. Instagram und TikTok sind so ein gutes Beispiel, weil die sehr ähnlich inzwischen Inhalte anbieten. Auch Twitch und YouTube zum Beispiel im Livestreaming-Bereich. Und wie gesagt, Instagram und TikTok, wenn es um Kurzvideos beispielsweise geht. Mit TikTok ist das ja groß geworden. Diese immer auf Dauerschleife laufenden kurzen Videoclips, die ja dann bei Instagram mit der Bezeichnung Reels kopiert wurden. Und vor ein paar Jahren ja auch bei YouTube mit der Bezeichnung Shorts. Und das ist ja auch schon wieder so eine Veränderung, wo halt auch InfluencerInnen mitgehen müssen. Zu den Arbeitsbedingungen, Berufsbild an sich würde man nachher nochmal ein paar Worte sagen. Aber erstmal, wie ist überhaupt das Arbeitsumfeld? Im Regelfall sind Influencer bei Social-Media-Plattformen aktiv. Es gibt auch andere Plattformen, wenn ich an die klassische Blogosphäre, BloggerInnen denke. Ich habe selbst vor über zehn Jahren als Buchblogger mal mich verdingt. Und auch innerhalb von ein paar Monaten habe ich Verlage gehabt, die mir dann Bücher zum Rezensieren geschickt haben. Da war ich im Grunde auch schon ein Buch-Influencer gewesen. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn der Begriff damals einfach noch nicht gebräuchlich gewesen ist. Aber das wäre auch etwas, was ich dann definitiv hätte beim Finanzamt angeben müssen, hätte ich das beruflich gemacht. Das war ein paar Monate, das war ein Hobby. Ich habe es auch sehr schnell dann wieder gelassen aus anderen Gründen. Aber das ist halt im Grunde auch was. Also man tut da typische Influencer-Tätigkeiten, ohne halt eben als solcher zu gelten. Ich glaube, das Beispiel ist ganz gut, um eine Unterscheidung zu machen. Wenn du für eine Zeitung, für ein Magazin schreibst und da Buchreviews machst oder hier bei Korax im Radiosender, wenn wir über Musik reden und Musik bewerten, da schicken ja die Studios, die Verlage auch direkt an den Sender, an den Verlag Bücher und CDs und Musik sowieso. Das hier habt ihr was kostenlos, bitte gebt nach deiner Kritik zu. Das ist aber meistens, um das, ja, hier habt ihr das halt neutral und für Geld bezahlt zu haben, macht dazu eure ehrliche Meinung. Das wäre nämlich euer Job als Kritiker, als Journalisten etc. Dir wurde jetzt unaufgefordert, also das ist nicht quasi nachgefragt. Die haben gesehen, du schreibst über Bücher, jemand schickt dir einfach Bücher. Hier, red man bitte über diese Bücher im Speziellen. Ja, ich weiß es deswegen noch sehr genau, weil ich irgendeinen Zombie-Liebesroman geschickt bekommen hatte, was nun überhaupt nicht mein Genre gewesen war. Genau, das ist dann, du bist eine Einzelperson, das ist nicht dein Hauptberuf. Du bist aber online aktiv und sichtbar. Deswegen kommt ein Verlag und gibt dir Bücher, um darüber zu sprechen. Genau, und damit ist man einfach durch Tätigkeit schon ein Influencer. Ist aber halt eben die Frage, ob man das auch arbeitsmäßig dann ist. Aber das ist dann nochmal beim Berufsbildthema. Aber neben den, ich sage mal, üblichen Verdächtigen, also Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, also die Plattformen, die man hauptsächlich und vor allem mit Influencertum verbindet, gibt es natürlich auch ein paar weitere. Also nur mal für grobe Aufzählung, auch bei Facebook gibt es Influencer. Die bezeichnen sich in der Regel nicht so, aber halt auch sehr große Seiten oder Gruppen, wo dann diskutiert wird, die halt auch sehr eine große Meinung haben können. Oder wenn ich an Telegram denke, gerade während der Corona-Pandemie, wenn ich an diesen Attila Hildmann, den Querdenker da denke, oder Xavier Naidoo, die sich ja in so einem sehr... Ja, die sich eben öffentliche TikTok-Gruppen, nicht TikTok, Telegraphen, also Telegram-Kanäle in dem Fall. Kanäle gegründet haben. Und die sich da halt eben sehr staatskritisch geäußert haben, aber halt auch eine sehr große Followerschaft dort generiert haben. Und die Meinung von dem Einfluss haben. Ja, genau, und genauso auch bei Plattformen wie Tumblr, Snapchat, LinkedIn im Business-Bereich beispielsweise, oder halt eben auch Pinterest, dort wirklich noch in einem sehr neutralen Kontext. Also bei Pinterest haben wir, wenn Influencer, dann meistens auch Influencerinnen. Das ist eine sehr weiblich dominierte Plattform bis heute. Und Inhalt sind dort halt eben häufig Hobbys, Basteleien, DIYs, also Do-it-yourself-Sachen. Gibt es auch bei YouTube, aber häufig ist das dann auch so eine Kombination, dass solche Influencer und Influencerinnen auch in der Regel auf mehr als einer Plattform aktiv sind. Die haben vielleicht ihre Hauptplattform. Aber wenn ich zum Beispiel ein YouTuber bin, habe ich vielleicht auch, wenn ich im DIY-Bereich unterwegs bin, dann habe ich auch einen Pinterest-Kanal. Wenn ich irgendwie ein Business-Guru bin, habe ich ein LinkedIn-Profil. Bin vielleicht auch bei Instagram und YouTube aktiv. Oder welche Konstellationen sich da auch immer ergeben. Also man kann es auch nicht immer nur auf eine, eine einzige Plattform festzogen. Weiterhin haben wir letztens noch über BeReal gesprochen. Da gibt es ja eine relativ aktuelle Folge dazu. Hier noch jetzt noch Gas auf GHS. Das kommt im Laufe des Jahres noch mal als eine Spezialfolge. Denn so wie TikTok, Instagram getötet haben soll, ist es ja bei BeReal und TikTok so. Und Gas wird als der nächste BeReal-Killer gehandelt. Also insofern wir denken, wir denken das schon mal ein bisschen weiter. Wir haben es in den Nachrichten bei uns schon ein paar Mal erwähnt. Da hat auch Twitter überhaupt nicht auf. Ist Twitter keine gute Plattform für Influencer? Gibt es auch, aber ich habe es bewusst erst mal rausgelassen durch den Mask-Faktor. Deswegen, wir wissen einfach nicht, wie sich das bei Twitter entwickeln wird an der Stelle. Das ist eine zu unsichere Plattform aktuell. Aber natürlich, es gibt viele, viele weitere Plattformen. Auch durchaus im Nischenbereich, wenn ich an gerade diese ganzen Abo-Plattformen denke. Patreon, Steady sind die typischen Sachen. Ich mache irgendwas im Internet anderswo. YouTube zum Beispiel oder Twitch. Wenn ihr mich unterstützen wollt, abseits der üblichen Möglichkeiten. Hier ist ein Patreon mit ein paar Bonussachen. Steady das Gleiche. Hauptsächlich für den deutschsprachigen Raum. Da haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht. Dann, wenn man Dinge machen möchte, die Patreon, Steady oder andere Plattformen als nicht allgemein geeignet sehen, gibt es Onlyfans. Hauptsächlich bekannt durch SexworkerInnen und Ähnliches. Aber auch nicht sexuelle Sachen tauchen da auf. Genau. Und das vierte im Bunde, was wir jetzt bei uns rausgesucht haben, wäre Substack. Das ist eine vor allem bei aktuell noch US-amerikanisch vor allem basierten Journalistinnen und Journalisten beliebte Plattformen. Man kann dort sich dann individuellen Newsletter erstellen, halt eben veröffentlichen. Und mit Substack Notes kam vor kurzem ein Feature mit dazu, was in eine sehr Twitter-ähnliche Richtung geht, wo man auch überlegen kann, gerade auch wenn ich so in Richtung von Google beispielsweise schaue, bei YouTube haben wir es ja, dass ich auch Beiträge erstellen kann, bei Google Maps genauso. Und das hat auch die Frage, wie stark Social Media affiziert solche Plattformen vielleicht auch in absehbarer Zeit werden. Also Social Media Plattformen, gerade wenn ich in Richtung von YouTube und Twitch schaue, die haben jetzt auch solche Abo-Funktionen drin, was wir bei diesen Abo-Mitgliedschaftsplattformen wie Patreon und Steady ja vor allem auch sehr groß sind. Onlyfans, was ja sehr bekannt ist durch diese vor allem schlüpfrigen Themen. Aber Substack, was zum Beispiel auch in der Nische durchaus eine gewisse Bedeutung hat, die kennt man ja als reine Abo-Plattform. Und die klassische Social Media Plattformen haben halt eben zuzüglich ihrer Kernfunktion halt eben dann diese Sachen auch mit ergänzt. Also es vermischt sich alles immer stärker miteinander, sodass diese knallharten Grenzen, dass man sagt, bei YouTube mache ich einen Kanal, bei Steady kannst du mich abonnieren, gibt es so demnächst wahrscheinlich gar nicht mehr, dass man halt eben auch bei YouTube jemanden abonnieren kann und bei Steady halt eben die Videos hochladen. Geht halt jetzt schon, aber viele trauen der großen Firma YouTube nicht und gehen deswegen zu einem kleinen Anbieter, der auch spezialisiert ist. Je nachdem, welche Bedürfnisse, welches Publikum man Sachen macht. Und wo du gerade kleine Anbieter gesagt hast, die meisten Influencer selbst sind ja sogenannte kleine Anbieter. Also wenn wir uns halt damit mal auseinandersetzen, also Arbeitsbedingungen, auch Arbeitsbelastungen, wie verdienen eigentlich InfluencerInnen überhaupt ihr Geld? Da gab es von ClickSafe mal eine schöne Infografik, wo es vor allem um YouTube-Stars an der Stelle geht. Der Creative Commons License, by the way, also komplett frei verwendbar. Stellen wir euch auch in die Schaunost. Wenn es jemanden zeigen wollt. Und da haben wir halt eben beginnend einmal halt eben über Social Media populär geworden und dann halt eben diese Popularität bei Social Media nutzend, um Werbung, Produktplatzierung, Vergleichbares zu machen oder halt auch um eigene Produkte mit zu platzieren. Da ist ja beispielsweise hier Bibis Beauty Palace ein super Beispiel gewesen. Die hat eigenes Shampoo auf den Markt gebracht. Die hat sogar das sogenannte Bibiphone. Das war ein Smartphone gewesen, wo, glaube ich, ihre Unterschrift einfach drauf war. Also das war einfach ein Case gewesen für so ein Smartphone. Also einfach die Hülle wurde halt eben irgendwie individualisiert für sie. Und das ist für ein Stas. Oder Lisa und Lena hießen die, glaube ich. Es waren zwei bei TikTok sehr bekannt geworden. Ihr habt den Namen mal gehört. Die haben für eine Drogerie mal ewig lange gemodelt und dort hat er eben auch unter ihrem eigenen Label Produkte verkauft. Das wäre natürlich erst mal der Klassiker. Ähnlich wie er auch in der Historie, wenn ich an Goethe denke. Der ist halt berühmt gewesen und hat das natürlich auch dafür für seinen weiteren Bücher genutzt, um die halt eben dann weiter zu verkaufen. So wie es ja auch bei zum Beispiel Wetten, dass er häufig gewesen war. Zufälligerweise war der aktuelle Gast bei Wetten, dass dann auch jemand, der hat gerade seine Memoiren veröffentlicht, neue Filme rausgebracht und so weiter. So reine PR-Veranstaltungen. Und dafür werden natürlich diese Dienste auch verwendet. Genauso auch für zum Beispiel Affiliate-Marketing, was so ein zweites und auch sehr wichtiges Standbein ist für Influencerinnen. Also mit Affiliate-Links zu arbeiten. Am meisten kennt man das über Amazon, aber auch alle anderen, die meisten anderen Shops bieten das inzwischen an, dass wenn ein Influencer in einem Video was vorstellt, dass du dann direkt hinter dem Video in der Beschreibung draufklicken kannst und dann kaufst du nicht nur das Produkt, sondern der Influencer bekommt auch einen Anteil von dem Geld, was du an Amazon in dem Beispiel gegeben hast. Viele haben auch tatsächlich als Unterstützungsmaßnahme einen generellen Affiliate-Link, der nur zur Hauptseite von Amazon führt. Und egal, was du dann kaufst, egal ob dafür geworben wurde oder nicht, die Person, die dir das verlinkt hat, bekommt einen Anteil von dem, was du gerade einmal zulässt. Dann in den letzten Jahren auch immer populärer werdend, Mitgliedschaften oder Abos. Also kennen wir von Zeitungen ja sowieso schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, dass man die abonnieren kann. Ist ja heutzutage auch mit diesen ganzen Plus-Mitgliedschaftssachen. YouTube-Goat oder die Online-Zeitschriften mit dem Plus. Die Zeitungen an sich halt auch diese Artikel online anbieten und man die dann halt eben kostenpflichtig abonnieren kann. Das wären diese Mitgliedschaften. Da haben wir auch schon ein bisschen besprochen. Und da haben wir schon zwei Folgen gemacht. Ich verweise einfach auf unsere Webseite online-gaste.com. Da finden sich alle weiteren Details. Ja, Events machen die Influencer natürlich, wo Fans für Geld Autogramme erhalten können oder mit den Influencern Selfies machen. Und teilweise werden natürlich auch dafür bezahlt, an solchen Events teilzunehmen, weil eine Masse dadurch gezogen wird. Du zahlst Eintritt an die Convention, um die dann in den Stars sehen zu können. Und die werden von der Convention bezahlt, dass sie dorthin kommen und sich präsentieren. Genau, so wie man es ja bei klassischen Conventions ja auch schon kennt. Also wenn ich an Filmen, Stars und Sternchen denke, dir auch einfach, gehst du da hin. Und ich hatte mal den Fall bei einer FatCon, war es gewesen, so ein Sci-Fi Convention. Da gab es halt auch die Möglichkeit, mit dem MacGyver-Stargate-Darsteller Richard Dean Anderson ein exklusives Frühstück durchzuführen. Du hast dann als Fan mit 50 anderen Leuten die Zeit mit ihm verbracht und durftest 500 Euro zahlen. Das ist exklusiv für die 50 Leute. Das war exklusiv gewesen. Aber das hast du halt auch bei Influencer. Also dieses Prinzip an der Stelle finden sich dort genauso. Und logischerweise verdienen die halt auch ihr Geld durchaus mit Werbung. Teilweise für sich selbst natürlich. Aber halt auch, dass halt die Plattform, allen voran YouTube und Twitch, sind eigentlich recht bekannt für, dass da halt eben Werbung platziert wird. Und die jeweiligen Kanal-Inhaber, also YouTube sagt dann, hey, die Leute sind wegen deines Videos auf unsere Plattform gegangen. Wir durften deswegen ja Werbung anzeigen und du kriegst eine Gewinnbeteiligung, die aber sehr gering ausfällt, kann ich sagen. Deswegen haben fast alle YouTuber, die davon leben können, andere Standbein, mindestens Patreon, oft eben wie die Influencer, die anderen Sachen, die wir eben erwähnt haben. Genau, bei YouTube wird pro Klick bezahlt, aber circa 1000 Klicks ergeben etwa einen Euro vor Steuern. Ganz wichtiger Hinweis noch. Und bei Twitch, da haben wir extra recherchiert, also man bekommt etwa 100 US-Dollar, wenn man als Creator bei Twitch mindestens 40 Stunden im Monat gestreamt hat und mindestens zwei Minuten Ads zu jeder Stunde gelaufen sind. Also das ist schon eine recht komplexe Bedingung, bevor man überhaupt Geld bekommt. Und dann ist es auch irrelevant, wie viele dahin geklickt haben. Hauptsache, dass so viele gestreamt und Werbung wurde gezeigt. Also man sieht jetzt, es ist ein völlig anderes Berufsbild, vielleicht auch deswegen, nicht so angesehen, wie wir zu Beginn gesagt haben, da was am Ende ankommt, schwer vorherzusehen und auch unsicher ist. Du machst nicht deinen 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche Job und hast am Ende dein Gehalt auf dem Konto, sondern du machst hier was, machst da was, hier kommt ein bisschen was rein, da kommt ein bisschen was rein, da die Werbung, da das Abo, da das Event. Und da sind wir dann in meinem Fachbereich. Ich bin ja mehrfache Unternehmensgründe und genau das ist man als Influencer in der Regel. Selbstständig. Also man ist, genau, selbstständig, das heißt selbst und ständig für alles verantwortlich. Da können wir auch gerne ein paar Episoden mal zu dem Thema mitmachen, aber vor allem geht es halt eben beim Influencer-Tum, beim Influencer-Sein eigentlich darum, ich bin in der Regel, wenn ich es jetzt irgendwie in Leinworten zusammenfassen müsste, ich bin selbstständiger Künstler im Regelfall. Ja. In irgendeiner Form. Auf Neudeutsch Creator halt eben bezeichnet gerne, aber darauf läuft es echt nicht aus. Die Leute gucken dich ja wegen deiner Persönlichkeit. Also du hast irgendwas Besonderes, weswegen Leute dir folgen. Du kannst dich nicht einfach irgendwie hinstellen und komplett trocken über das neue Super Shampoo reden, das trockene Shampoo, keine Ahnung. Vielleicht doch, wenn das halt eben auf eine spezielle Art und Weise ist. Ich glaube, deswegen kommt das auch bei den älteren Leuten nicht so gut an, haben eine sehr flippige, gezielt auf die Jugendlichen eingehende Art, die sehr extrem wirkt, auch auf mich schon teilweise. Ja, extrem ist, weil sie sollen halt auch einfach Nähe suggerieren, Nähe herstellen, die es so niemals gibt. Das ist ja häufig dabei Influencern das Problem. Da habe ich heute auch bei meinem Workshop so ein paar schöne Beispiele gehabt, auch inzwischen ein bisschen ältere Dame, aber noch jung genug, dass die halt gesagt hat, ja, ich war auch das totale Markenopfer gewesen, damals von Bibi und Co. Ich habe den ganzen Scheiß gekauft, auch irgendeine 800 Euro teure Uhr, die die Manni-Kammer gehalten hat. Also wo sie selbst bei sich gesagt hat, ich bin auf diesen Mist damals reingefallen als Teenager. Also es gibt auch sehr viel Manipulation, aber das ist nur ein anderes Thema. Parasoziale Beziehungen, da können wir eine eigene Folge zumachen. Also sowieso, Stichwort Neuromarketing, haben wir schon eine Folge gemacht. Oder auch diese Dark Patterns, die auch von Influencerinnen durchaus aktiv genutzt werden zum Manipulation der Kundschaft. Genau. Und wie gesagt, wir sind in den Bereichen von Unternehmensaufbau, Unternehmensorganisation, ich muss mir Rechtsformen auswählen, all dieser ganze unternehmerische Spaß. Und das Influencer-Sein ist auch nicht einfach. Da gibt es nämlich die sogenannte 13-7-Formel, also 13 Stunden täglich, sieben Tage die Woche arbeitend. Das ist ein hartes Business. Wenn ich erfolgreich werden möchte, muss ich stets und konstant arbeiten. Da gab es auch mal eine Influencerin, die hatte gemeint, als ich mal zwei Wochen Urlaub gemacht habe, ich habe 10.000 Abonnenten verloren. Weil man wirklich da war. Im Urlaub weiterarbeiten, im Urlaub weiter Content produzieren, Sachen in die Kamera halten, um Zuschauer werben. Ja, und da gibt es wirklich Arbeitstiere, die kriegen da auch ordentlich was hin, aber allein schon, wenn du zum Beispiel zwei YouTube-Videos in der Woche, zehn Minuten Länge beispielsweise, veröffentlichen möchtest. Das ist mehr als eine 40-Stunden-Woche für dich. Du musst ja das Ganze aufnehmen, schneiden, Skripte dir überlegen, Nachbearbeitung machen, noch dieses und jenes. Also das ist ein sehr, sehr großer Aufwand, sowas halt eben herzustellen. Deswegen gibt es ja zum Beispiel bei TV ja noch immer mal eine Pause zwischen den Statteln. Und auch einen Aufwand, den man von außen oft nicht sieht. Man denkt, aus dem 10-Minuten-Video, was würden wir da gemacht haben? Eine Stunde vielleicht? Nein. Das ist ein Vollzeitjob, ein paar Videos in der Woche rauszuholen. Ja, ich meine, können wir als bestes Beispiel bei uns nehmen. Unsere Sendung ist 50 Minuten lang, am Anfang, als wir die Online-Gasse produziert haben. Wir haben drei Tage gebraucht, also gerade bei mir inklusive Skriptschreiben und so weiter. Mit Recherche, Aufnahme, Nachbearbeitung etc. Genau. Wir sind jetzt ein bisschen Trott und uns hilft es auch, dass wir das nur einmal im Monat machen. Ja, aber ich habe auch selbst für mich gesagt, also einmal im Monat ist mir manchmal schon zu viel, einfach aufgrund von sonstigen Belastungen. Aber das ist Influencertum. Du musst stets und ständig da sein. Und das kann natürlich auch Tribut fordern. Alkohol, Panikattacken, Burnout. Da hatte Strong F oder Steuerung F? Steuerung F. Steuerung F, okay. Ein Funk-Format. Genau. Format bei Funk, dem jungen Content-Netzwerk der Öffentlich-Rechtlichen. Zum Thema hat eben InfluencerInnen über psychische Belastungen schon mal eine Folge dazu gemacht. Da verweisen wir einfach mal mit drauf, denn das ist auch etwas, worüber selten gesprochen wird, auch zum Beispiel bei mir im unternehmerischen Bereich, was halt auch solche psychischen Belastungen, was Burnout angeht, was Depressionen angeht. Ich stand selbst auch schon mal kurz vor einem Burnout, vor ein paar Jahren. Und auch was sonstige Belastungen angeht, man muss damit klarkommen können. Man muss damit klarkommen wollen an der Stelle. Das kann auch eine sehr, sehr extreme Belastung sein. Geistig wie auch körperlich, je nachdem, was man so macht als Influencer. Da gab es nämlich auch zwei gute Beispiele. Einmal Eszena O'Neill heißt die gute Dame, war eine australische Influencerin, mit 16 angefangen, mit 18 Nervenzusammenbruch bekommen. Und die andere Sophia Thiel, eine deutsche Fitness-Influencerin. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ich kenne kaum aktive InfluencerInnen, erst sobald sie irgendeine Kontroverse erzeugt haben, landen die bei mir im Dunstkreis. Und die hat halt eben auch sich vor allem, also die war halt eben relativ dick gewesen, mal eine Weile, und hat dann halt einfach quasi ihren Kanal zu dem Thema aufgebaut. Okay, wie kann ich trainieren? Wie kann ich schlanker werden? Wie kann ich halt eben fit sein? Und das hat auch solche Extremfrüchte getragen, dass die ein knappes Jahr lang weg war, weil sie halt einfach mit diesem psychischen Druck, mit dieser ständigen Selbstperfektion, wo halt auch Leute halt eben einen einzelnen kleinen Detail, so nach dem Motto, da ist ja trotzdem noch ein Fettpölzerchen dran oder sowas. Das hat ja auch sehr viel mit Selbstbild, gerade auch bei Frauen zu tun, die ja gesellschaftlich sowieso schon häufig unter Druck stehen, immer alles perfekt können zu müssen. Also ich sehe jetzt die Bilder, das ist auf jeden Fall eine krasse Verwandlung, die ihr Körper durchgemacht hat. Alleine das zu schaffen, ist schon ein Haufen Arbeit an sich. Und dann aber noch das in der Öffentlichkeit alles auszubreiten und den ganzen ganzen Feedback abbekommen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss sehr heftig sein. Ja, deswegen der Vollständigkeit wegen, sei das auch auf jeden Fall mit erwähnt und Influencer, mit denen kann man auch gut arbeiten. Gerade Unternehmen machen das natürlich sehr gerne, aber alles hat seine Schattenseiten, alles hat auch seine Glanzseiten, aber alles hat auch seine Schattenseiten. Aber deswegen so als kleiner Überblick zu der Thematik an sich erstmal, was ist eigentlich ein Influencer? Wir wollten uns ja mit dem Berufsbild-Influencer auseinandersetzen, wofür man Influencer-Marketing vielleicht gebrauchen kann. Es gibt ja auch Influencer-Marketing, also eine Disziplin. Das ist ein eigenes Folgenthema. Heute ist es wirklich erstmal darum geht, okay, liebe Leute draußen, liebe Online-Gaste, ihr wollt Influencer werden? Okay, das beinhaltet das alles. Mal für einen kleinen Einstieg. Viel Arbeit, ohne dass sicher am Ende Geld auf dem Konto ist. Ja, das ist mein Arbeitsalltag. Aber es macht durchaus Spaß, also es kann auch Positives haben, aber jeder muss sich das Selbstverständnis haben. Ja, aber was hast du mit dem Thema? Schauen wir uns, Infografiken und alle aktuellen Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem exklusiven Zwei-Minuten-Briefing als Newsletter unter onligaste.com-newsletter zu abonnieren. Alle Songs, die ich in der Radefolge spiele und die wir nicht im Podcast haben können, packe ich in einer Spotify-Playlist, die wir verlinken. Und ein Hinweis für unsere Podcast-Hörer, im speziellen Online-Geister, wird unter einer Creative Commons CC bei ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es und seid kreativ damit, aber bitte informiert uns vorher. Und darauf abschieben wir uns von unseren Podcast-Hörern. Ich hoffe, ihr habt euch auch Spaß.